Guten Tag miteinander, ich bin Fabian Hutter und ich bin Gemeinspräsident von BERNIC geworden. Mein beruflicher Werdegang hat vor rund 15 Jahren damit angefangen, dass ich in die Schweizergarde in Rom eingetreten bin. In den Schweizergarden habe ich schon sehr früh gelernt, wie wichtig eine gute Kommunikation ist. Dass sehr viele Probleme gerne nicht erst entstehen, wenn man richtig und überlegt kommuniziert. Nach zweieinhalb Jahren in Rom bin ich wieder in die Schweiz zurückgekommen und habe meinen Master im Maschineningenieurwesen einer NTB in Buchs gemacht. Als Maschineningenieur ist es ganz zentral, dass man die Probleme von verschiedenen Seiten anschaut und dann auf kreative Lösungen kommt. Ich glaube, das ist schon als Gemeinspräsident ganz wichtig, dass man die Probleme von verschiedenen Richtungen anschaut und dann auf Lösungen kommt, die umsetzbar und auch bezahlbar sind. Nach dem Studium habe ich dann zu Sulzer Mix per KG in Haag gewechselt als Applikationsingenieur. Dort musste ich mich innerhalb kürzester Zeit immer wieder neu in neue Thematiken einschaffen. Zuerst theoretisch und dann das theoretisch Gelernte aber gleich praktisch umsetzen und anwenden. Ich glaube, auch das ist etwas, was ganz wichtig und hilfreich wird sein, vor allem am Anfang als Gemeinspräsident. Danach habe ich mich innerhalb der Firmen zum Projektleiter weiterentwickeln und dann direkt die Projekte im Umfang von mehreren Millionen Franken übernehmen. Dort habe ich auch gelernt, wie wichtig es ist, gut zu planen, wie wichtig es ist, genau zu arbeiten, gut zu dokumentieren und wie wichtig es ist, gute Mitarbeiter sind. Vor rund einem Jahr habe ich dann zur Leica Geosystems in Herbruck gewechselt und arbeite dort als Scrum Master. Scrum Master ist eine Art Gruppenleiter im Softwarebereich. Als Scrum Master ist es sehr wichtig, dass man sein Team immer wieder neu motiviert, dass man versucht, immer wieder besser zu werden, aber auch als Team. Und ich glaube, das ist etwas, das als Gemeinspräsident sehr, sehr wichtig ist. Mit diesem Hintergrund und diesem Rucksack, den ich mir bereits angeeignet habe, bin ich bestens auf das Gemeinspräsidentenamt hier in Bernig vorbereitet. aber auch gerade noch so etwas, wenn es nicht mehr so leicht ist. Ich bin jetzt bei dem Ohr-Specchnern mit der Verkäubert werden. Ich bin jetzt für einen Alltag.